Porsche hatte schon immer mutige und sehr expressive Farben. Sonne und Licht, Kraft und Kreativität, das alles findet sich in diesem Gelb. Der neue Farbton für den 9-11-Turbo sollte ein sportlicher Farbton sein, der gleichzeitig aber auch Zeitlosigkeit und Eleganz zeigt und somit die Stärke des Modelles widerspiegelt. Safran ist bis heute eins der teuersten und aufwendigsten Gewürze der Welt. Aus 20.000 Blüten entstehen gerade mal 100 Gramm Safran. Es ist reine Handarbeit, dieses Gewürz zu erbnen. Der Aufwand ist vergleichbar mit unserer Farbe. Der Farbton besteht aus vier Schichten Lack und einem Zwischenschliff, der nur mit Hand gemacht werden kann und daraus wird unser Safran-Gelb-Metallik. Sattes Gelb kombiniert mit einem starken Effekt ergibt die Tiefe und Brillanz dieses Farbtons. Um dem Lack diese besondere Tiefe zu geben, denn normalerweise besteht ein Lack aus zwei Schichten, appliziert man zwischen der Basisschicht und der Effektschicht eine Klarlackschicht, die dann wiederum mit Hand angeschliffen wird, um diesen besonderen Tiefeneffekt und die Brillanz dieser Farbe überhaupt zu erzeugen. Die besonders hohe Farbtiefe und Brillanz erreichen wir nur durch spezielle Effektpigmente, die in ihrer eigenen Lackschicht sitzen. Die Pigmente bestehen aus dem Glimmerstein, der mit Metalloxiden beschichtet wird und so diesen schönen Perlglanz-Effekt erzeugt. Noch eine große Herausforderung bei dem Lack ist der homogene Farbauftrag, denn durch unterschiedliche Schichtdicken verändert sich der Farbton und der Effekt. Selbst eine andere Lackierrichtung reicht da schon aus, um zu Farbtonabweichungen oder Effektveränderungen zu führen. Hier ist höchste Präzision gefragt, aber das sind wir bei Porscheer gewählt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017